oh wie die aussehen, hei hei you can only sleep at night na la 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 you can only sleep at night auch gut, aufgestanden und fängst zu lecken ganz kurz die sind scheiße aus die sieht kacke aus aber langsam wachsen die felder, ganz schön schnell noch aber wir sind ja auch ganz seit hier ok, hässlich was du bist hässlich aber ich versuch grad die paar fackeln vielleicht die kerzen mach doch die glühbirnen für drin ja, an der wand sehen die scheiße aus das hatt ich ja vorgehabt eigentlich vielleicht die kannst du dir nicht so ach ne, haben wir gar nicht hier ne den wo du die sachen zurecht sägen kannst nee, deswegen weil sonst hättest du ja so ne komische Stütze bauen können und die dann da raufsetzen können ja, da hätt ich ne glühbirne an der Decke geklatscht oder so, keine ahnung und ich hätte so kleine Beglaustung genommen und hätte so kleine Lichter an der Decke gemacht nachrichten ich weiß nicht sonst können wir den ja zum nächsten mal mit rein nehmen den Mod erstmal dass wir da ein bisschen mit basteln können ich nehme die schwarzen, aber das sieht auch nicht schlecht aus das passt schon oh, kein platz mehr voller essen weil die ja auch nur 16 sticksbar sind ich frage, wenn ich jetzt das das chisel ne, das sieht auch scheiße aus ähm, ja jetzt kann ich nicht chisel ähm Essenskiste, guck mal rein was? da fehlt schon, da fehlt ein Stack da fehlt ein Stack da fehlt ein Stack ja, ich weiß ich bau jetzt dunkles Holz wo krieg ich denn dunkles Holz her? Suchen gehen ja, suchen gehen du Fitzpat wenn wir die suchen gehen Moment ich könnte doch eigentlich die Dino halbiere wirst du das da funktionieren? ach fuck jawoll gewerbel alle? gewerbel alle? wow ja gewerbel jetzt alle und ich bin noch nie fertig scheiße toll okay fuck sooo ne aber extra Kisten dafür? warte 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 da 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 hat man zur Not hier ner unter ner Truhe außerdem kann ich ja eben meinen ganzen Carpenter Scheiß reinwerfen hhm hey, ich hab gesagt So, Placed. Verschwendig kann Platz in der Kiste. Und die Schüssel lassen sich auch Stickball reinstecken. So. Ja, lass die Kiste, kann man ja auch noch was reinwerfen, zur Not immer. Kann ja eher ein so ein Team. Das war ja aber nur so eine Oberfläche oder ich nehme irgendwas Helles. Hey, das ist etwas. Ui. Es sieht echt nicht schlecht aus von hier oben, um die Felder zu begucken. Ja, ne. Von da oben vor dem Berg, komm mal mit. Mal runter. Mal runter. Irgendwas fällt er wieder von mir. Ja. Du? Ja, komm mit. Aua. Anschubst geben. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Da muss gar abenden. Oh. Hm? Ja, damit hast du abgeerntet. Ne, von hier geht das nicht. Wir müssen ein Stückchen weiter. Hm. Ein Stückchen weiter? Weiter. Oh, toll. So, komm von hier. Als wo ich die beiden Bäume noch weghaben will, eigentlich hier vorne. Okay. Komm hier durch. Das Imperium. Du bist Ben. Das Imperium nach Wasser. Ciao. Hui. Natürlich lässt du das hier oben drauf. Was? Das Wasser. Ich habe das mitgenommen. Hast du nicht. Dann mach es weg. Mit dem Block. Ja. Ja, sag. Äh. Wir haben einen Wasserfall. Yay. Wäre der Wasserfall kleiner, wäre es echt geil aus. Ja. Ja. Werte man in den See. Hast du den Bock jetzt weggemacht? Ja, habe ich. Wenn du von hier ausguckst, sieht das echt geil aus. Wie gut jetzt verschwindet das Wasser, ne? Dollys Ei? Was ist das denn? Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch Scheiße eingesammelt. Oder Dollys Ei. Finde ich. Vielleicht dein Ei? So was du essen kannst und Schaden durchkriegst. Du bist vergiftet dadurch. Ich esse das einfach mal. Hehehe. Oh. Na ja, zu viel, zu viel Futter hier. Ja. Was können wir was Puchinis machen? Zuchinis. Mit den Chilischoten. Wir brauchen Cheese. Wie macht man denn Cheesy-Cheesy? Milch und Milch und Salz. Haben wir Kühe hinein? Nee, haben wir nicht. Ja. Wir brauchen Salat-Dressing. Da können wir uns ein Mixer-Zelle machen. Leichte Mahlzeit. Mhm. Ja. Cool. Ein Stock. Stock. Ich kann das immer so verfuttern. Das muss ja okay. Paschen. Wir haben echt nur Sand. Erstmal, ne? Ja. So, das ist immer Carpenter-Zeug. Das auch erstmal. Was haben wir hier drinnen? Warum kann das nicht Gravel sein? Ganz viel Gravel hier. Gravel. Nein, haben wir ganz viel Sand hier. Gravel. 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 Du bist behinnt. Ne. Ach. Alles klar. Alles. So, jetzt brauche ich dunkles Holz. Das wäre schön. Ich kann mich auch nie bechen. Alter, da hinten hatten wir doch so'n Tannenwald, oder nicht? Walking. Ich bin so geil am Walking. Du bist so dumm. Tick, tick, tick. Ah, ich hätte doch die Kühle mitbringen können. Jetzt ist doch egal. Beim nächsten Mal. So. Bis dann. Das wird mal da hin. 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 As. Wild. Birke. Bis bald. Es hat hanнож 불�. Ehh. Ab, ab. Aus Bausthalle, Bäume. 집, 집. Üps. 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 Warum sitzt ich denn immer falsch? Bin doof. Yep. Was fragst du noch? Ach, jetzt noch. What? wo ist die kohle die auch da drin ist ich dachte wir ein tannenwald gewesen das soll ich kann jetzt nicht schlafen vergessen ich würde sagen gucken ob hier ein tannenholz ist aber das bett vergessen ich glaube es ja nicht nur so ein zwei redwoods mit hier oder kohle 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 wie sich das macht wenn wir hier mal ordentlich was mit sowieso in die mine runter welchen weg gerade wollte auf die unternehmen hier wo der sand ist auch kohle gerade brauchen wir auch unbedingt das stimmt keine kohle mehr genau hier war die sandmine genau dann zu den kühnen läuft hier ist auch echt alles vor der sand gerade da wo ich den gravel gefunden habe mit wo ich das wasser weg gemacht habe hier ist komplett alles vor der sand normale erde hat beziehungsweise unter der erde ist auch sand ja sandschichten das hast du aber sonst selten in minecraft eigentlich ja das sieht scheiße aus ich finde schön so packer setzen die wird das ja dementsprechend auch alles angepasst haben das pack ich bin nicht hungrig das kann nicht sein hier bin ich und centus hatte gesagt er doch ein essenskiste die voll wäre die da sehe ich nicht voll dass sie voll ist voll wahr ne das geht nicht okay ich habe mir keine sticks mehr mit für facken und zu wenig essen und es ist dunkel vielleicht jetzt gerade zu hause ich habe mich behalten hallo ich muss mich voll fressen vielleicht zurück in die mine gehen ja wir gucken dass ich noch ein spitzer mitnehme oder zwei wenn es schneller geht ja wenn ich gleich unter tage bin ist es sauriger wenn es dunkel ist wenn du da kommst dann passt das ja weil ich hatte eigentlich eine idee mit ähm soll das ein glashaus draus machen wo was hä fäder komplett über die ganzen felder ja ok ist doch nicht ein bisschen übertrieben ne aber klar dass das weißt du nicht dass das die landschaft ein bisschen verschandelt man kann ja mal gucken ja da musst du viel da will ich aber Carpenters nutzen ach nee da bleibst du nämlich auch heil ich weiß weil da brauchst du 10.000 glas weißt du denn dann was ist kaputt weil es scheiße aussieht ja also kannst du dann schöne schräge blöcke machen brauchst ja keine treppen machen ganz ja gibt ja schräge blöcke ich weiß so ab unter die mine also ich brauche noch einen rucksack und zweiten hast du eigentlich auch ein rucksack ja klein ja reicht ja ich finde einfach reicht ja ja und den nicht einfärben ja wenn du Farbe rum musst knack 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 mein scheiß Stuhl ich nehme mal einen gelb ich habe Sticks genug mit ich habe Eisen mit ich habe ein bisschen glas und ab in die mine aha ja einfach nur ein ding erstmal unten geraben ich bin da überlegt ich mache das im berg rein hinten irgendwo also nicht mach was zu sehen ich glaube ich mache hinten was im berg rein wenn man hier hier so hinter also in dem berg hier so einen Eingang macht ach fix für dich wie sieht das komisch aus wenn man ein Scheiß aus hat ja ja im Grund ne ja ja sieht auch alles an hm ja ja doch richtig ungewohnt sieht das aus darum mache ich den jetzt auch nicht aus wieder angemacht vor allem Shader an so um die 55 FPS Shader aus 150 FPS äh zieht schon einiges aber ich habe eingestellt mein Launcher startet jetzt mit 4 GB du mit 4 ich habe den jetzt auf 12 hoch gemacht nein du verstehst mich nicht er startet mit 4 GB der Launcher warum jetzt sind sie denn so hoch starten dadurch merkt es schneller so und so habe ich 20 GB zugewiesen muss ich auch gleich übertreiben ne und davon nutzt er 3 GB so weit kohle 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 ähm wo haben wir das denn holz holz da machen wir die hälfte aber nur schon wieder das ist ja immer weg so so tipp tipp fackern bam 15 und Essen habe ich auch genug dabei naja nicht wirklich genug Essen brauchst immer ein bisschen mehr ja ich weiß F7 mache ich mal standardmäßig unten an dass ich dann sehe wo es dunkler ist dunkel dunkel ist mein gefahrs hinter der zischt ist das dann dreh dich nicht auf dann ist das sowieso egal ach ich bin so doof naja Eisenerz Eisenerz Webbench bam oh ja Chiefman gemacht aber die habe ich eigentlich schon an dir gebaut aber naja ja wenn ich die bestimmt jetzt auch gucke weil ihr meinen in Chiefman sind die bestimmt aufhängt ne ne die sind noch da hm rein � entrin ja bist du jetzt in das eine standardmäßig gefällter reingegangen nein in die Sandmine die ich gemacht habe s demo z in die Sandmine die ich gemacht habe doch gesagt ich brauche Sand Sand Und Minecraft bisschen leise, ähm, Lautstärke-Mixer. Ich weiß grad nicht ob, das ist aber so gelassen. Ich mag ja. Was? Der war voll leise eingestellte Lautstärke-Mixer. Die Line 1. Die Wichser? Ja, der Wichser. Du bist egelhafter. Ah, jetzt ist schon besser. Das kannst ja auch so da ist wegen die Line separat Lautstärke anpassen. Ja. 1, 2, 3, F3, welche Höhe sind ich denn? Okay, 39. Ich geh jetzt mal auf 11 runter auf 20 oder so. Ja. Genau. Ach guck mal, jetzt beginnt hier Sandstein. Ich mach hier mal eine größere Ebene rein. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, du haben im Kopf. Hm, genau so wie du. Ja, da will mein Bildschirm ausgehen. Toll. Tschüss Bildschirm. Machst du wieder 2 Stunden runter. Das ist der Autopatel. Mach doch aus. Geht nicht. Hab schon geguckt. Muss gehen.